Liebe Leute, willkommen zurück zu Nobody Wants To Die. Wir sind gerade aus der Dusche gekommen und kümmern uns jetzt mal... Oh, hier haben wir noch was. Jetzt machen wir ein bisschen Platz. Das haben wir bereits gehabt. Couch verschieben. Jetzt haben wir ordentlich Platz. Einloggen. Einloggen. Sarah. Wie geht's der Job? To complete my report, I need to summarize the evidence. I need access to the system. You heard Chief Steiner. He wants it classified as a suicide and sent straight to him. We were supposed to put our cards on the table, so that's what I'm doing. I appreciate that, but we have one more problem. Do you think I don't know why the Chief put you on restricted duty? I read your wife's case file. Forgive me for mentioning her, but it was the same kind of suicide. Sarah, listen to me very carefully. We're in this together, and it's a lot bigger than the Chief. Sooner or later, the report will make it to the top brass, and we'll both be fucked. Unless we consider all the circumstances in the report. Oh, fuck. They're in this together. Just give me access. Shut up. I have access, so I analyze, and I put the evidence on the board. Is that clear? As clear as day. Okay. I'm sorry for bringing your wife up like that. Look, let's not fight. Let's connect the dots one by one. If we agree with the conclusions, we move on. Okay. You'll agree with me sooner or later. The sooner we get this over with, the sooner you can write the report. That's the spirit. I should clear up Sarah's doubts about the murder. First, I have to prove that somebody else was there besides Green. And when Sarah takes the bait, I'll convince her about the rest. Okay, also Hinweis aufnehmen. Got something? Nah, it's nothing. Ich sollte Sarah's Zweifel über den Mord zerstreuen. Was beweist, dass außer Green noch jemand da war? Ja, die Flasche nicht wirklich, oder? Sarah sollte nichts davon erfahren. Sie würde mich nur wieder verraten. Okay, warte mal. Jetzt muss ich jetzt erst mal kurz checken. Die Rekonstruktion zeigt Greens Tortur. Sein Kopf schlägt auf den Boden, als würde jemand auf ihn schlagen. Das ist ziemlich ein Lied. Aber, wer macht die Baitung? Ein verdammter Geist? Excellent question. Die Rekonstruktion zeigt, wie Green ein Kabel herausreißt und umwahr damit Alkohol trinkt. Das ist kein Beweis, dass jemand da war. Symbol. Auch kein Beweis. Legte sich ein Kabel um den Hals. Auch kein Beweis. Wunder auf dem Rücken. Galgenmännchen. Green legte sich ein Kabel... Genau, das hatten wir schon. In der Uhr steckt ein Bild von Green, Kovalev und Park. So ganz check ich's nicht. Also, wie muss ich das denn hier jetzt kombinieren, dass das sinnvoll ist? Muss ich die hier so kombinieren? Nee. Was beweist, dass außer Green noch jemand da war? Die Wunde am Rücken. Das kann ich connecten. Hat das Hemd mit Blut getränkt. Verzweifel, Blutspur. Es wäre echt verdammt schwierig, sich so etwas zu hinzufügen. Welche anderen Hinweise deuten noch auf eine weitere Person hin? Die Schläge. Ah, ich verstehe. A lot of money, promotion, happiness. That's after we've solved this case. Oh, how lucky I found you. Okay, we still have shit, but we can at least ask two questions. First, what's the actual cause of death? Second, who's the culprit and what's his motive? Are you saying you're getting involved? I've already changed my mind. Are you the same with guys? I won't correct you on everything you just said that was wrong. Besides, I'm looking for more information about the evidence. But seriously, no more jokes. Wie ist der gestorben? Wer wollte denn tot? I found some interesting tidbits. Please share. Only with friends. But I'll make an exception for you. Was haben wir hier? Toxikologischer Befund, eine hohe Konzentration an Ambrosia, Pharmazeutika und anderer Substanzen mit ausgedachten Namen. Laboranalyse zeigt Spuren von Schießpulver an Greens Händen. Jane Selmer und Kovalev, das sind die einzigen, die Green an einem Todestag treffen wollte. Kurz vor dem Vorfall hat eine Verkehrskamera in der Nähe von Greens Wohnung Park eingefangen, die ja mit Janes Händen und Armen herumgerast ist. Ich habe Psychologen noch nie getraut, aber selbst die schaffen es nicht, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Das verwerfen wir. Verkehrskamerafoto. Letzte Kontakte. Zwei Menschen haben Green an seinem Todestag gesehen, einen Schmuggler und eine Psychologin. Hätten sie ein Motiv? Trudus Ursache, jetzt schauen wir mal kurz. Das Galgenmännchen. Ja, vielleicht. Nee. Was könnte das sein? Aber das mit dem Kabel ist schon sinnvoll, oder? Da haben wir es. Da haben wir es. Nee. Was kommt raus? Schießt Pulver in die Reconstruction. Was haben die anderen Substanz? Ja, was haben denn die anderen Substanzen gemacht? Schläge. Wir hatten doch noch etwas... Nee. Hier. Warte mal, was brauchen wir? Der ehemalige Schmuggler hat Green vielleicht das zerstörerische Gift verabreicht. Uns fehlt aber noch die Mordwaffe. Schießpulver an Greens Händen? Das ist das Einzige, was wir haben. Hm. Das macht eigentlich keinen Sinn. Nein. Kurzschluss nicht. Schießpulver nicht. Symbolen macht ja wohl am wenigsten Sinn. Ich weiß nicht, was sie jetzt von mir wollen. Irgendwas... Schläge, Wunde... Thomas. Thomas. We need to talk seriously. Is this some lame engagement joke? What? No, it's not like that. I just have something for you. If it is, however, some stupid joke, I will get fucking mental on you. There is one more piece of evidence. Sorry? Why don't I know about it? It's not in the archive. Because it's not a photo. Oh, wait a minute. Tell me you're joking. I'm begging you. It turns out I think it is indispensable. You took physical evidence from the crime scene? They'll put us in jail for this! Oh, shit. I take it back. I'd rather have the engagement ring. It's beautiful. A vial of strange liquid. Probably poison. This creepy voodoo symbol on it makes it more mysterious. More importantly, the material of the vial might retain fingerprints. What do you think? Show me. If you have any more stolen evidence up your ass, you'd better get it out now, before you hurt yourself. Not this time. Consult your doctor. There's even a term for it. Kleptomania. Symptoms include paying for it someday. Okay. Ja, gut. Mussten wir jetzt machen. Aber das war das letzte Ding. Okay, daran habe ich nicht gedacht. Sehr schön. Jetzt haben wir alles zusammen. Und nun... Flasche verschicken. Your Herm-Code? 9-7-fucking-6. Around Liberty Island, huh? None of your business. Das wäre praktisch, oder? Wenn man so ein Ding zu Hause hätte und einfach Pakete so verschicken könnte? Auch so unverpackt. Everything was in Sarah's hands now, which was neat, since my own hands were shaking in a delirium I inherited after some punk I've never known. And one more thing, in the meantime, please send that damn report. What about evidence analysis? You got evidence illegally, and you want to put it in an official report? I'll send it as is. Maybe we'll find something else later. Or we can just pretend none of this ever happened. A complicated and unfortunate accident in which Icarite... Damn it, what are you doing? A specific fraud theory that doesn't quite... Wait. Enough. Numerous clues indicate the involvement of third parties. Suicide or accident is excluded. Nobody sticks their head outside anymore. As if they wanted to believe this ugly world does not really exist. Huddled in their little flats over the few cents they managed to save towards a new body. Never asking themselves whether the survival instinct makes the urban rats happier. Or is this only the selfish genes? Free riding on the suffering of subsequent generations. Other alien forces exploiting their drive towards self-preservation. Their desperate struggle to stay alive a little longer. Desperate struggle that even Green is eventually lost. These people are probably easier to control. But Green? He was one of the controllers. The person who whacked him was an ordinary citizen either. No way. James, are you in front of the board? No. I went out for a breather. That sample. You were right. It's definitely poison. But that's not all. There was a fragment of a print on it. I managed to reconstruct it and search the database. So whoever that print belongs to, that's our murderer? Maybe. A person of interest, for sure. It's a damn big fish. Slippery, too. Oh, you're going to make me beg? What's the fucking name? I don't want to say right now. Somebody on the street might over here. I sent you everything by snail mail. Let me know as soon as you get it. Deja vu. Okay. Das heißt aber, wenn der Name so groß ist, dass wir da nicht rankommen, ähm, ohne dass unser Chef davon weiß. Das ist ja noch schwieriger. Oh, das ist unser Chef. Was war das denn? Okay, gucken wir mal. Oh, das ist uns. Oh, das ist unser Chef. Oh, das ist unser Chef. Kowalew. Okay, great. 98%ige Übereinstimmung. Dmitri Kovalev. Atropin, beschädigt, Ikorid, Ichorid. Okay. Das war Kovalevs Fingerprint auf der Mörderwebe, hm? Ich wusste es. You still think we can't clear this one? I wouldn't start celebrating yet. We'll never get to him. He basically never steps outside Ikaris. But you do believe this is a murder now? Well, yes. But... Special announcement. Engine problems have been reported aboard Ikaris, which is currently flying over Brooklyn. We ask residents of the borough to stay at home and shelter in place. There is no need to worry. Insurance for bodily injuries will be fully applicable. That's what a sound. James, did you hear the announcement? I even felt it. Damn, are you that close to it? Are you all right? The newsfeed said it crashed into a building and that it's about to fall into a chasm. Yeah. We can't pass up a fucking golden opportunity like this. Pass up a go... No, wait, James, are you crazy? Too late, bye! What? The bar was named Ikaris and met its end fittingly. I didn't have time to savor the irony. An impossible chance to get Kovalev has just fallen out from the sky into my very lap. Or at least my very neighborhood. Boah, das ist gut gemacht. James, are you hearing this? Fire department on site. Ambulance is in 13 minutes. Secure the area. Do not go inside. I say again, do not go inside. Sounds like good advice. Then gehen wir mal rein. All you sons of bitches in Brooklyn, hold your positions. And get the crowd pushed back before it comes down on top of them. Sarah, you have this channel. What? You allergic to orders? Yes, I am. Schade, kein Sammelobjekt. Der Feind des Erfolgs. Ha! Sehr gut. Schaut euch mal bitte das Feuer an. Ne, es ist ja unfassbar. Okay, das kennen wir bereits. Das haben wir ganz am Anfang im Auto gelesen. Staatlich anerkannt, aufmerksame Bürger, aufmerksame Gesellschaft. Was gibt's hier drüben? Sensationell perfekt. Körperauktion jeden Freitag. Ah, gundierst mein. Seems they didn't wait for the gravity to do the killing. Swell. I prefer to interrogate corpses. Their deaths tell me more than their lies would. James, evacuate whoever you can and get the fuck out of there. Little late for that. See for yourself. Oh, shit. What the fuck? Good question. Help me identify Kovalev. I bet his corpse will open right up if we ask it all nice-like. At least it shed some light on the matter. Take these pictures. Warte mal, warte mal. Fatter. Da liegt noch einer. Er ist aber nicht wirklich Fatter. Da drüben liegt noch einer. Komm ich da hin? Nee. Und? Hmm. Burned to a crisp. Hard to tell from his face, but no, it's not him either. Wrong bone structure. Shit. Can't find it. Moving on to reconstruction. James, we don't have time. Sarah, I'm going to find out what happened here full stop. Understand? Okay. Sure. Na gut, also wenn der die Waffe gezogen hat und scheinbar erschossen worden ist, dann scheint hier irgendwas anderes passiert zu sein, als irgendwie nur ein Feuer. Dann rekonstruieren wir das mal. Scheinbar haben wir sehr viel Zeit auf so einem brennenden Zeppelin. Naja, schauen wir uns das mal ganz in Ruhe an. Let's go. Don't worry, I'm sure everyone here can afford new bodies. Fuck them. I was talking about the blues. Drone? James, don't even think... We have to reconstruct the lock. Fuck. It's as far back as it'll go. So we don't know what caused the explosion? Not yet. James, if Kovalev finds out... This whole place is about to fall apart and take Kovalev's secrets with it. I'm not about to let that bastard get away from me again. Hey, if you fall, I'll say you acted alone. I'm fucking serious. Fine. Let's get to work. There's blood. I'll turn on the UV lamp. Kovalev's prints are everywhere. Well, it is his bar. I just built a few Bloody Marys, so to speak. Let's follow Patrice's lead here. Some unidentified substance. Reads is flammable. Kovalev started blocking him from this spot. He didn't want to boss it. Someone shot him. He didn't want to boss it. He's a lunatic. Shooter bartender. He's an endangered species. I'll figure out where the shots came from. Got the latest generation? One that picks up the trajectory of bullets. Relax. In old fashion. But I make exceptions for toys. Yeah, the guy there was the only one with the pistol here. Schauen wir doch mal an. Hier hoch. Da ist er. The attacker shot from the stage. Any thoughts on who did the shooting? Got a dead guy here who'd make a decent suspect. He's great at playing a dead guy. Really in character. So gut, einfach. Nochmal. Can you check the DNA? Bodies assigned to a user named Edmund Christo Basmund. That doesn't tell me anything. Yeah, I didn't figure it would. Employed by Phalanx. An elite private security company founded by someone called Miller. If I were this guy, I'd look for another job. Okay, and that's what I'm going to do. Und zu ihmchen hier. Dann hat er hier auch geschossen, oder was? Ach, jetzt wieder oben. Hä? Why was a security guard shooting at Kovalev? Good question. Warte mal, was? Jedenfalls erschossen. Also er hat auf ihn geschossen und dann hat er auf ihn geschossen, oder was? Sieht so aus. Der hat auch einen Koffer dabei. Auch nicht unten. Was ist denn so eine Waffe, aber... Was ist denn so ein Waffe, aber... Das ist ein Waffe, aber... Warte mal, dann sind wir die Sachen. Was denkst du? Against so much force? I didn't stand a chance. These shards came from some place else. This must have been losing altitude. What's happening before the explosion of the bar? What's happening? Mhm. And so much here. Also, that thing has to be lost. I don't know. Until he finally hit the neon sign. The ads in the city are deadly effective. James, I'm begging you. He's got something on his neck. Check it out for me. It's, huh, one of ours. Agent from the department. How the fuck did he get in here? I'm jealous. Yeah. No, he better cut us. Finish off, please. Yeah, this was definitely not an accident. He came from this side. Bleeding heavily. The marks will be visible under UV. Thanks, Detective. What do you make of this wound? Adrenaline is a hell of a drug. Warte mal, der ist vor dem Absturz erschossen worden, oder was? Weil jetzt ist er ja alles noch okay, ne? Was? The blood trail leads all the way to the lounges. Must have come from there. Got a head in the air. Had a hard landing. Hm. Aber irgendwas hier drin. Da. Da oben, wo der Typ, der erschossen wurde, mit dem Koffer sitzt. Da. Und respect. ORD dann搶 estrech. You bet it will. Chica? Okay. The side of the bar erupted in a hail of hot lead, turned the lounges into Swiss cheese. Into what? People used to talk like that. I heard in some movie. They sat there in the lounge, all cloak and dagger and harsh tones until the spray of bullets got them flat footed. Aber da war die Explosion ja auch schon. Fast reaction time. Grade B. Maybe even A. Where did he get the money for that? The bullet turned his brain to mush. It'll take years to reconstruct his Icarite. James, can you get into the suitcase? Ja, möchte ich doch. Okay, let's see. At least we know where he got the money for that hot rod body. Why is our agent neck deep in this? What's his fucking deal? Dean was not a saint. I don't think we'll get any more out of the Swiss cheese lounge. Let's move on. Okay. Aber hier, wie gesagt, die Explosion ist schon die ganze Zeit da quasi. Und dann kommen erst die Schüsse? Oder kann ich separiert am Tatort Sachen rekonstruieren? Ugh, what a horrible way to die. The fire only consumed his flesh. He can always buy more of that. True. To a guy like that, the cost of a new body is no worse than paying a parking fine. Runs like clockwork. You recognize him? John Park? The third one in the photo with Green. The main shareholder of Demer? Fucking Demer. Ribs completely crushed. Multiple minor injuries. He's covered in some kind of flammable shit. We found the same substance on Kovalev. What does it look like to you? Something exploded right next to him. The concussive force broke all his bones. Intense heat set him on fire. Shit. The poor bastard really suffered. Yeah, well, suffering's nothing new. Especially for people who eat Demer food. Can you find the source of the explosion? As long as this shit glows under UV light, yeah, I think so. Gut, da muss ich doch nochmal ein bisschen zurück. Ach nee, da ist es. Looks like the center of the blast was in this lounge. What? Time to check on Park's friends. What was...hum? What'd you say? Nothing. Just that we better get a move on. Martin Roy? The owner of the New York Liberation Stadium? Shit. He seemed like a decent guy. You knew him? Nah, not really. He shook my hand a few times in the old life. That's all. A scarf? I saw this pattern somewhere. You know, from the photo? From a speed camera? Uh, it's a scarf. But... Yes, indeed. Jane Salma had a similar one. Similar? Identical? Uh-huh. But... It's just a scarf. Besides, there's... There's no sign of Salmas presence. No. Not yet. What's next? Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Doch, doch. Das haben wir jetzt. What are you doing? I can't read the Ikarite. Destroyed? Doesn't look that way. I just... Can't access it. No here. I see a cold, right? Es gibt eine Kode auf der Hand. Willst du es checken? Die Schäuze sind meistens nicht. Vielleicht könnte es eine gewünschte Verkaufung, vielleicht? Nur noch nicht auf den Bezug auf den Serial-Nummer? Weird. Es ist unregistert, aber das Schäuze wurde von Phalanx für... Holy shit! Für 4 Millionen Dollar? Das ist sehr wert für eine Schäuze. Sarah, meet Mr. Miller. Du denkst, das ist die Verkaufung der Firma? Nicht nur das. Anfängergerät, smuggler. Keine Ahnung, in der Systeme. Wir werden nichts finden. Dieser Schäuze arbeitet für die Regierung. Ich habe einige Dokumente. Ich glaube nicht. Die Leute wie diese immer immer die Schäuze schlafen, für jemanden zu sehen? Es sieht aus, dass die Verkaufung der Verkaufung der Verkaufung ist. Was? Sie wollen es noch mehr machen? Und noch viel Geld. Ich würde sagen, es ist ein langfristiges Plan. Sie haben das verdammelt? Sie können das nicht tun! Sie können das nicht tun! Roy war die Spiele. Sie haben das gehört? Sie wollen die Leute entdeckten. Miller war wahrscheinlich zu schützen, die Rechte zu schützen. Niemand hat die Verkaufung der Verkaufung. Oh, das ist einfach mein Herz. Ich würde nicht sagen, dass sie verkaufung. Verkaufung, vielleicht. Aber Sie wissen, später oder später, sie werden in neue Schäuze zurückkehren. At least sollte sie eine Zeit dauern. Warte mal, der hat das aber bemerkt vorher, oder nicht? Die springen ja schon vorher auf. Und... Bäm! Ich check immer noch nicht ganz, warum das hier auch jetzt explodiert ist. Aber das war auch die ganze Zeit schon so. Da, da, da. Komm ich da hin. Zeig mal her. Ich komm da nicht hin. Doch hier. Naja... Ich... Ich komm da hin. Ich packed. Ich komme da hin. Ich komme jetzt zu meinem eigenen Menschen. Und eben da. Es ist so gut wie er hat. In der Ende, er hat die Krookkede geschehen. Es ist einfach so... nicht notwendig. Es ist notwendig oder nicht. In der Ende, die Neon hat ihn. Er wurde schwer verletzt. Wir sind glücklich. Wir wissen, was sie sagen. Wie? Follow the trail of blood. Nobody says that. I was right. Time to break out the UV lamp. Wir haben eine Führung. The trail leads to this guy. Wir haben Kovalev's prints in der Handel mit dem Knife. Mhm. Hm? Es war nicht nur seine Beine. Er hat einen Knife. Wer ist der Knife? Zechreit. Ich habe die Blöden. Ich habe die Blöden. Nice display of bravado. Ich bete er war in der Handel. Du hast nur die Gefängnis. Du hast nur davon, wie das aus einem Körper. Es ist nötig. Du hast defekt. Er hat das, wie das. Er hat das. Ich würde auch sagen, er muss die Knife nutzen. Ich denke, von dann, er hat er verloren. Ah, okay. Also, ah, okay. Der Zusammenstoß. Was suchen wir hier? Ah, hier. So, er tut den. Ah, hier ist Thomas. All right. Hier, du hast wieder getötet. Kovalev wurde ein paar Mal getötet, aber wir gehen. Die Reconstruktion ist complete. Die Reconstruktion ist ein paar Mal getötet. Aber wo ist die Reconstruktion? Die Reconstruktion? Warum wollte er sich hier aufbauen? Du hast bereits alle Daten. Öffne die Reconstruktion bevor es alles verlassen wird. Fertig. Die Reconstruktion muss wiederholen werden. Ist das ein echtes Schatz? Bist du verrückt? Geh! Klar. Äh, ich nehme doch einfach. Guck. 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 You deserved it, motherfucker. Good. Very good. Good, boy. What? What have I done? Ah, James, can you hear me? It's about to go down. You've got to get out. Oh, shit. James, you have to get out of there. Go to the damn car. Ignorance is about to go down. Almost. Okay. Entschuldige die Wahrheit. I bet my not so great body on a great hand and damn was I right. Instead of dead, I was ahead for once and ready to break the case of the century. Hey, Chief. Did you hear they served Scotch with lead at Icarus? I didn't hear anything. Especially not from you. Because you weren't fucking there. I got some evidence. Ty's the green. Rock solid. Fuck. First you sent me that bullshit report and now you got evidence. You listen to me right now. You weren't there. Understand? We're not talking now either. In fact, I haven't spoken to you since the accident. Got it? Chief. Nope. That's it. I'm pulling you off this case. Steiner out. stochen. Davon gehe ich mal aus. Es gibt ein altes Wort. Wenn man nicht weiß, was passiert ist, ist es um Geld. Steiner ist ein guter Mann, aber jeder in der Stadt hat einen Preis. Keine Werte, das Fall ist besser als ein zweites Zeitgeber und ein Sturmdrain. So viele Verkürzungen. Wer ist wirklich hinter dem alles? Ich weiß nicht, aber ich kann schon wissen, wie ein Mann er ist. Ein bisschen Philosophie Major dropout. Screaming about remaking society without even realizing he's just covering up his own pathetic insecurities. Ich versuche zu stoppen, versuche zu zurück, zu schneiden, für eine einfachste Grund. Als ich die Idee von sich in die Stadt in die Stadt mache ich das. Wenn ich das mache, werde ich andere Menschen mit mir und Sarah nicht das verdient. Diese Stadt hat eine Krankheit, etwas, 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 zu ziehen. Unter der Routine von und Sturm. Unter dem der Predator-eignin von Neon-Lights eine Infektion hat gesetzt. Es ist, wie alle mit einem kleinen Suchen. Nacht nach Nacht ich weiß, das ein das macht mich drenn, ein Herz zu Ich habe mich überrascht, schreien in meine Hälfte geöffnet. Es ist wie ein jemandem schraubt ein boulder mit mir, und mich aus einem Schliff. Oh, fuck! Straßen! Okay. Es bleibt spannend. Ich blicke noch nicht ganz durch, was hier eigentlich Phase ist und wer mit wem und warum und so weiter. Aber es geht um Kohle, von daher werden wir das bestimmt schon herausfinden, wer hier wie viel gemacht hätte. Aber es ist schon wirklich cool gemacht. Also die ganze Rekonstruktion und Zurückdrehen der Zeit und Wert auf ihn geschossen und so. Das zieht sich natürlich so ein bisschen dann am Tatort selbst, aber das ist schon super gemacht, gerade mit den Explosionen und so. Gefällt mir sehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.